Ja. Okay, Baustelle. Juhu. Nächstes Kapital. Mit dem Bus, der überhaupt nicht aussieht wie ein umdesighter Gefängnisbus oder Schulbus. So. Wollen wir jetzt hier einen Job oder was? Hey, 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 hey. We're here to talk to someone. What's the problem? What do you think this is? A coffee shop? This is a construction site. You can't just waltz in here. Nordi. Warum solltest du ihm drohen? Es ruft nur Polizei auf den Plan. Sag einfach, wir arbeiten hier. Das überwacht eben niemand. Schwachsinn. Es überwacht niemand, ob du da arbeitest oder nicht. Machen wir den spaßigeren Weg hier. Das ist bisher meine Wege immer Spaß gemacht. Wir sind die Bauern in die Farben von den alten Männern eingebrochen. Mit nem Schutzhelm und ner Arbeitshose kommst du überall durch. Wenn du ne Leiter dabei hast, kannst du alles mitnehmen, was du willst. Nee, komm. Nein. Dass wir ein bisschen Spaß haben. Ja. Nein. Ich sehe es nicht ein, dass du sinnlos Leuten trost. Dass wir ein bisschen Spaß haben hier. Meine Idee von der Farm, meine Idee von der Brücke. Das war doch genial. Ja, das war cool. Aber das hier ist findenlos. Es kommt nur Gutes dabei rum. Es ist sinnlos. Jetzt komm schon. Mach endlich. Nö. Doch. Na komm, hier. Lass es dem drohen. Nein. Soll nicht seinen Mund aufmachen. Es ist komplett sinnlos. Ah, wenn es sein muss. Oh ja? Und du gehst mich zu stoppen? Du musst meinen Freundin abschließen. Er hat noch seinen Morgen Kaffee nicht gehabt. Aber er ist richtig. Wir sind hier, um zu checken, ob diese Seite... ... sich zu frei zu drohen. Jesus Christ. Eine weitere Inspektion? Was ist es mit euch? Wir bleiben einfach und 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 und. Das ist, wie wir dich ehrlich halten. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ich wünschte, dass ich das gleiche sagen könnte. Du würdest. Wenn ich zu sprechen hätte. Leo. Immer zu kacken. Ich kann es nicht helfen. Ich bin so, als ich ein Kind war. Ja, richtig. Ich wüsste, dass du nur ein süßes Junge bist. Nein, das war es nicht. Was sagst du? Relax, schwerer Typ. Bist du so karkastisch? Ich? Nein. Ich behalte dich ehrlich. Du bist ein schönes Junge. Du bist ein schönes Junge. Ja. Gut. Nix zu sehen. Nö. Es gibt eine definitiv sehr stabile und vertrauenswürdige Brücke auf einer Baustelle. Geht ganz bestimmt runterfallen. Ja, da unten, da unten, da unten siehst du doch die Schutzhelme von denen, die es nicht leben auf die andere Seite geschafft haben. Schade, dass wir nicht springen können. Noch nicht. Können wir den Bauernbeitern reden? Bestimmt mit ein paar. Ah, hier, der hat einen Presslufthammer. Den können wir reden. Hey. Hey. Was? Ich kann dich nicht hören. Ich schaue deinen Boss. Mein was? 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 Du bist ein Boss. Du weißt, wo er ist? Was? Was? Bestes Unterhaltung. Fühl dich aber. Entschuldigung. Hahahaha. 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 Perfekt. Wunderschön. Könnt ihr das nicht ausmachen? Nein. Oh, Hallo. Hahahaha. Mh. MBA. Ich bin mein verdammter Doktor, um meine Beine zu fixieren. Ich kann dir nicht helfen. Nun, dann kann ich dir auch nicht helfen. Ich kann dir nicht helfen. Was ist mit dir? Die verdammte Beine zu töten. Ich muss diesen Job nicht verhindern. Ich rate einfach mal. Du musst mit deinen Knie hochziehen, nicht deine Beine. Meine Knie? Ja. Komm her! Hey, ich schaue deinen Boss. So meine. Aber dieser Scheiße funktioniert nicht. Schau. Schau. Versuch ihn wieder. Versuch ihn zu erreichen. Ich muss ihn wirklich sehen. Okay? Ich versuch ihn, Mann. Hey! Wer? Überrasch? Siehst du? Ich sehe, du hast eine Walkie-Talkie. Das stimmt. Könntest du deinem Knie erreichen? Ja, ich denke, ich könnte. Aber seitdem ich dich nicht gesehen habe, bevor... Moment! Zwecklos nebeneinander. Morty. Ich bin nichts von deinem Geschäft. Könntest du ihn bitte erreichen? Ich versuch ihn. Okay. Hallo? 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 Oh, verdammt. Das funktioniert nicht. Bei mir hat das aber wenigstens versucht. Hm. Moment. Sehr schön. Min. Es gibt einen Achievement. Ja. 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 Gibt es einen Achievement? Nö. Wir sollten wir gleichzeitig in die Knie gehen. Okay. Meister. Einfach aus Prinzip, ja. Drei, zwei, eins, go. Drei, zwei, eins. Nice, wunderschön. Arm drücken, nice. Ja, komm, komm, komm. Willst du es versuchen? Äh, mit wem drückt der gerade Arm? Warum nicht? Ich verlieb gegen die Luft. Er hat gegen die Luft verloren, ey. Was muss drücken? Ich habe hier die meisten Kinnzüge im Knast geschafft. Ich bin hier Champ. Ja, komm, ich krieg dich. Ich habe gearbeitet, ich kann nicht so schnell E drücken heute. Das sagst du nur als Ausreder. Ja, komm, 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 komm. Du kannst besser als das, Vincent. Du hast mich gewinnen lassen. Ja, ich habe dich gewinnen lassen, weil ich keinen Bock hatte E zu drücken die ganze Zeit. Kann ich vielleicht gegen einen von den Arm drücken? Hey. Nein, aber er verliert schon wieder gegen die Luft. Guck ihn dir an. Ja. Okay, warum nicht? Oh, nein, ich finde es schade. Oh, hier ist ein Fahrstuhl, den Korb betreten. Wann war das letzte Mal, dass du ihn dann gesehen hast? Hör, ich bin nicht lieb. Ich habe ihn nicht gesehen. Entschuldigung. Okay. Okay, ich kann vielleicht noch mit ihm reden. Ha, er kann es nicht anhandeln. Hey, komm da oben! Hey, du weißt, wer dein Boss ist? Ich weiß nicht, ich habe ihn jeden Tag gesehen. Wie geht es dir da oben? Weißt du, was er ist? Wer ist du da oben? Das wäre eigentlich mein Part gewesen. Er ist nur schade. Ja. Ich bin der erste Mal drüben. Wahrscheinlich. Ich bin nicht interessiert, dass er mich schade ist. Hey, wenn du mit mir wieder darüber reden möchtest, dann stehe ich da oben und dich überraschieren. Entschuldigung? Entschuldigung. Ich bin einfach hier überraschiert. Ich habe nichts von ihm gesagt. Das ist wahr. Er sagt immer schade, wenn er schade ist. Okay. Ich lasse es schlafen. Diesmal. Komm mal, komm mal, komm mal. Kann ich ihm noch auf den Kopf treten oder so? Zieh doch deine Waffe. Wauw, was du da machst, Mann? Hey, du siehst, du hast einen schlechten Traum gehabt. Ich wollte dir nur helfen. Ich hatte einen schlechten Traum. Ich hatte einen schlechten Traum. Ich hatte einen guten Traum. Oh, mein Traum. Lass mich allein, Mann. Ja, ja, ja. Okay. Ich glaube, wir müssen mal hier rein. Tja, ja. Bisschen, lass uns gehen. Bisschen, lass uns gehen. Bisschen, lass uns gehen. Und du stehst hinter dir. Ich bin schon links drin. Was ist das? Was zur Hölle schaue ich an? Dipschen, kannst du das erklären? Ja, ja. Es sieht, wie du... Halt es raus. Es sind zwei hier. Ich sagte dir, es sollte vier. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Was bist du? Irgendwie dumm? Ich glaube, du bist ein verdammt. Du bist ein verdammt. Du bist ein verdammt. Nein, nein. Du bist ein verdammt. Hey, das ist der Typ. Ich sage dir, ich bin sicher, dass du das verdammt hast. Du bist ein verdammt. Du bist ein verdammt. Du bist ein verdammt. Ach, du rennst dir den Arsch ab und ich fahre mit dem Fahrstuhl und kriege ihn. Ich fahre ganz gewöhnlich mit dem Fahrstuhl und hol ihn mir. Hab ihn gleich. Ich hab ihn gleich. Mit dem Fahrstuhl hochgefahren. Ich bin schon bei ihm. Oh, scheiße. Jetzt muss ich auch mal ein bisschen sprengen. Ich kann ihn fast. Woah, 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 scheiße. Oha. Du hast die Probleme. Ich hab Parcours. Ich hab jetzt auch Parcours. Was? Das ist eine sehr akkurate Baustelle. Niemand hier arbeitet, aber die Hälfte der Leute schläft. Jo. Warum was an? Schreibt Schmidt auf der Baustelle. Das kenn ich so nicht. Nicht bei ihm. Oder auch nicht. Wo ist denn er? Hab ich ihn übersehen oder was? Oh, ein Schreibtisch. Ich glaub ich hab ihn verdorren. Ich bin in den Fahrstuhl eingesprungen. Okay, da ist er. Wo bist du eigentlich? Und da bist du. Oh, moin. Wo ist er? Ich werde ihn töten. Hey, relax. Du musst ihn jetzt nicht benutzen. Warum nicht? Lass uns fokussieren, ihn zuerst finden. Alles klar. Los geht's. Lasst uns fokussieren. Was? Das ist ein Schreibtisch. Und da ist er. Was war das? Wir haben da... Was? Ich bin in den Kriegsland. Ja, ja. Was ist das? Du hast ihn gesehen? Nein. Hast du ihn gesehen? Nein. Du hast ihn gesehen. Er ist wahrscheinlich hier irgendwo schläft. Oh, er ist hier. Oh, er ist verabschiedet. Du bist hier? Wo bist du, oder? Er ist nicht hier. Schau dich an. Es gibt noch eine andere Container hier. Schau dich an. Auf dem Stahlträger, die Bauarbeiter. Klassisches Gemälde. Ja, die machen einen Mittag. Schon wieder. Wie viele Mittagspausen hat ein Bauarbeiter? Die erste, die zweite, die dritte, dann die zwischen der dritten und der vierten, dann die vierte. Hier geht's durch. Und dann Feierabend. Oha, hier geht's nicht lang. Wo sollen wir lang? Ich bräuchte deine Schulter. Ich suche hier einen Weg, wo wir lang können. Ja, die Schulter hier. Aha, okay. Das wäre nur konsequent, wenn er jetzt einfach abhauen würde. Ich finde, wir sollten es mal gleichzeitig versuchen, oder? Nee. Ach verdammt. Ich hab' lange gewartet. Ich hab' einfach auf uns gewartet hier. Ja, okay. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Der wartet hier. Ähm. Ein bisschen weiter höher. Ein bisschen. Du musst. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ein bisschen höher, Mister. Ach so. Jetzt. Und rauf. Und hoch. Und hoch. Sehr schön. Siehst du ihn von da unten irgendwo? Wenn du jetzt einfach anfangen kannst. Huft! Hey! Der jetzt den Blinker Sache. the screen spansこんhalb! Help Va up. Guck mal. Haha. Ach der. Ich renne vor auf dem Kahn. Gar nicht sicher. Oh, ich kann einen Kahn starten. Bin hier einfach zu können. Da ist er! Warte, ich komme gleich von oben. Halt dich noch ein bisschen hin. Leo, helf mich! Ich komme, Vincent! Hör auf! Komm, Vincent! Hast den ganzen Spaß hier ohne mich. Ich glaube, du musst noch ein bisschen durchhalten. Ich komme von oben. Rutschfahrt. Yay. Ich bin gar nicht gefährlich. Was? Oh Gott. Scheiße. Was ist das für eine Steuerung? Was? Keine Ahnung, aber ich glaube, er hat gleich... Er hat gleich den Lebensbalken. Okay. Ich habe eine Pistole. Warte, wir müssen ihn ja an. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Ich komme von der anderen Seite. Ja. Warte, ich komme von der anderen Seite. Lass mich gehen. Ich kann sie von mir selbst halten. E-Tippen. Äh... Ne, die gewusstesten. So. Oh! Oh! Was denkst du, Hugo? Mal einen Schluck trinken. Trinken ist wichtig. Ich bin sicher, wo ich bin. Was? Warte, du sagst mir, wo ist Harvey? Fuck you! Ich bin nicht sag auf dich, schade. Fuck me, hm? Okay. Oh, schau dich das! Oh! Eine Schmerz. Ich bin gefragt, was du mit dir mit dir machen? Ich bin davon, was du mit dir mit dir? Du weißt was? Lasst uns das hier für heute. Hey, Vincent. Ich weiß nicht über dich, aber ich sehe hier viele verschiedene Dinge, die diesen Mann sprechen können. Was sagst du? Leute, komm mal. Ich habe ein paar Ideen. Ich auch. Mal sehen, ob du sprechen willst oder nicht. Das sollte ihn sprechen. Ich will die Lampe. Dann bleibt sie mal mit der Lampe im Helm. Eine Lampe? Willst du das Licht in meine Augen? Ist das deine blöde Idee? Das wird mich verhören. Ich habe eine Geldbörse. Oh, eine Nagelpistole. Oh, ich habe einen Schweißbrenner gesehen. Es ist eine Nagelpistole. Ich will die Geldbörse. Ich nehme mal die Nagelpistole. Oh, eine Brechstange ist da auch noch. Das ist völlig zu dir. Lass mich mal ran. Ich hole den Schweißbrenner. Moment. Ich habe eine Nagelpistole. Ich habe keine Scheiße, ja? Wie läuft das? Oh. Oh. Komm mal. Start zu sprechen. Ich habe gesagt, start zu sprechen. Komm mal. Ich habe keine Scheiße. F*** dich. Gott sei Dank. Eine Brechstange. Moddy? Ja, mach. Ich mach. Ich hab die Pistole. Bin danach dir dran. Stopp, du bist mein Arm. Du solltest dann anfangen. Ah, mein Arm, Mann. Nächste Zeit, ich werde es brechen. Okay, Leute. Okay. Ich hab's mit dem, ich sag dir, was du hast. Ja? Langweilig. Okay, okay, calm down, Mann. Calm down. Ich wollte ihm nochmal die Füße schießen. Ich weiß nicht, wo genau, aber er ist in Mexiko. Er hat eine große Mansion da. Es ist wirklich, ich versuche. Das ist, wo der Ratte schiebt, oder? Ja, das ist, wo er ist. Nicht erzählen, was ich dir gesagt habe. Du kannst mir nicht erzählen, was du machst. Okay, okay, calm down, Mann. Bis zum nächsten Mal. Hey! Los geht's. Leute! Ja. Wo gehst du? Nicht mich hier los. Du bist verrückt, ich mach mich. Leute, komm zurück! Es ist ja schade, dass der so schnell gestanden hat. Ich hätte ihn runtergeschubst. Ich hätte ihm nochmal ins Knie geschossen. Ich glaube, wir gehen nach Mexiko, dann. Ja. Wir brauchen größere Schäden als das. Das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Was machst du? Was sieht es aus? Warte. Schau an. Ich habe einen Kontakt, der könnte uns aus Mexiko fliegen. Das ist gut. Und ich habe eine Idee, wie man diese Schäden holen kann. Aber wir brauchen Geld. Wir können nicht riskieren, ob wir eine Bank nicht riskieren können. Es gibt sehr einfacher Plätze, um die Banken zu holen. Wie was? Die Gesundheit. Danke. Und Tankstelle. Was können wir uns leisten, zu tanken? Bei den Spritpreisen? Wenn wir mit der Tankstelle fertig sind, können wir es uns leisten. Bei den Spritpreisen, die noch nicht genug genug haben. Sie haben besser. Ich gehe nicht nach Harvey mit nur einem Handball. Ja. Na, ich glaube, es gibt nur eine Art, um es zu finden. Okay, dann. Sind Sie bereit? Ja. Bei den Spritpreisen, das ist bestimmt einiges in der Gastatron, Mordi. Schau. Wir müssen einen hohen Profil halten. Das ist nicht wirklich dein Ding. Ich sage, wir machen das den besten Weg, Mann. Nur in und aus. Ich sage, wir machen das den einfachsten Weg. Lass uns nicht sehen machen. Nein. Warum? Nein. Ich behalte die Waffe. Du darfst das Finale haben. Ich behalte die Waffe. Nichts da. Na gut. Dafür darf ich die nächste Entscheidung treffen. Du hast schon die letzte Entscheidung gemacht. Wir wechseln uns ab. Glaube ich nicht. Was ist denn das? Interessant. Was gibt es denn da zu wünschen? Ich hau ab. Wir sind nicht fertig. Oh, schade. Da hinten ist ein Motor. Vielleicht können wir da einbrechen. Ich muss zurückgehen. Vielleicht können wir den Müll ausrauben. Vielleicht kannst du in den Truck einsteigen oder so. Ich habe es, glaube ich, nicht viel zu tun. Anderes halt waren wir noch nicht. Und hinten bei den Containern noch nicht. Bin unterwegs. Ah, die Toiletten. Das ist immer das Wichtigste. Na hier sind die Toiletten. Nichts sieht los. Können wir nicht betreten. Gut, dann würde ich sagen, überfallen wir mal. Du hast die Waffe, du gehst vor. Warte, ich muss noch mal kurz. Du kennst werden. Fürsten. Nein, geht nicht. Schade. Ich darf nicht missen. Rein da. Wie viel Eis geht aus der Tankstelle. Halt die ab davon, die Polizei zu rufen. Halt die Leute und schau. Hey, Vincent. Es sollte sich hier irgendwo安全 sein, irgendwo. Wir sollten es schauen. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Vincent. Geh hier, Mann. Lass ihn gehen. Du verdammt Schuss. Du okay? Guck mal draußen, ob jemand die Polizei ruft. Jemand muss die Kassiererin im Auge halten. Schau es ab. Gib mir die Kassiererin! Geh nicht! Geh nicht! Sicher ist locker! Wir brauchen eine Kombination! Wir brauchen eine Kombination! Ich habe es nicht! Frau, du siehst du wie eine smarte Frau. Gib mir die Kombination. Okay, 137. 137. Wehe, die ist falsch. Na toll. Das war klar. Ich habe das Geld. Willst du noch was damit nehmen? Wir müssen raus. Was ist passiert? Hör auf, Alter. Hör auf. Die Kassiererin ist alles auf. Ich bin doch drinnen hier. Zwei Leute, robben den Platz. Auf der Gasstation? Ja, ja, ja. Oh, sie sind. Ja, ja, ja. Auf geht's. Schnell weg mit dem Geld. Das ist genau das, was wir wollten. Haha. Ja, das war sehr gut. Ja, du wolltest diesen Weg machen. Ich habe es nahe und weg. Ich glaube, wir hätten es auch vergessen können. Wie zum Beispiel die Pistole in der Mutter. Es ist nicht gut für dein Herz. Mein Herz ist einfach gut. Ich möchte nur wissen, was wir mit uns beschäftigen. Relax, Herr Paranoid. Ich trage sie, okay? Außerdem, sie hat mir einen. Jetzt gehen wir diese Pfeife. Wenn du so sagst. Du musst mehr relaxieren, okay? Ja, ja. Musik Rapsalte 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 Untertitelung des ZDF, 2020